So, warte mal, das überspringe ich ganz kurz. Hier gibt es einen neuen Trend. Pass auf, hier setze ich Sigmar Gabriel für Lohngerechtigkeit ein. Und zwar wird jetzt ein Trend gesetzt, Gesicht zeigen für Lohngerechtigkeit. Und dazu gibt es ein total unverteilhaftes Bild, wo er unangenehm nah an der Kamera ist und ein bisschen so, ja wie beschreibt man diesen Gesichtsausdruck? Es ist so, er sieht nicht wirklich glücklich aus, ich weiß nicht. Also das ist jetzt mein Gesicht zu dem Gesicht, was er macht. Okay, es ist sein Gesicht für Lohngerechtigkeit. Das wäre so, als ob, hey Raik, mach mal ein Gesicht zu Lohngerechtigkeit. Okay, was würdest du sagen, wie viel, wie nenne ich das am besten, aber wie viel näher sind wir an Lohngerechtigkeit dran nach diesem Selfie? Jetzt ist es quasi beschlossen, oder? Ich würde sagen. Also jetzt ist Lohngerechtigkeit beschlossen. Und macht dieses Gesicht zeigen für etwas nicht am meisten immer dann Sinn, wenn es normalerweise Leute sind, die nicht so im Rampenlicht stehen, sondern wenn so die, oder meinst du, es soll so der Startschuss sein für eine Kampagne, dass auch ich zum Beispiel jetzt ein Selfie von mir mache und für Lohngerechtigkeit mich einsetze mit diesem Foto? Ich frage mich, was das überhaupt soll. Also das sind echt die dummen Social Media Ideen von irgendwelchen Politikern, beziehungsweise ihren Redaktionen. Gesicht zeigen. Also was soll das? Dann zeigt doch mein Finger oder so. Der Steinbrück-Move wäre das dann, ne? Finger zeigen, hier. Wer hat uns verhauen? Sozialdemokraten! Wer hat uns verhauen? Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.